Hi Leute, ich bin OpenBeta und ich wollte nur Bescheid geben, heute kommt kein Video. Nicht so wie sonst, das täglich was kommt, aber heute mal nicht. Auch wenn ich das Gefühl habe, irgendwas nicht richtig durchstatt zu haben, aber ist ja auch vollkommen egal, ich schweife ab. Andere machen das per Twitter-Post oder so und ich mache mir die Mühe für euch, meine Fans, zu sagen, es kommt kein Video. Und ja, ansonsten bleibt eigentlich nur zu sagen, für den 1. April lasst euch nicht zu sehr verarschen und bis zum nächsten Mal beim neuen Video, euer OpenBeta, ciao.